unser nächster pick ist jonathan harris von jopen aus der belgischen liga der junge schon 31 ich würde mal sagen aber ein gestandener außenverteidiger erhält sich wirklich vor allem aus rechts außen auf ist punktetechnisch nicht immer ideal aber das muss man einfach bisschen mit einpreisen würde ich mal sagen und wir sehen er ist jetzt hier gerade echt auf einem möglichen tiefpunkt angekommen was den preis angeht und mit 11 5 von 33 steht ja auch alles andere als gut da aber wenn wir hier auch mal schauen der kann auch richtig richtig hoch liefern mit 99 ohne decisive also all around 64 das ist pervers auch hier fast 64 also das sieht man wirklich ganz ganz selten und er macht auch mal seine decisive aber auch hier 73 75 72 das ist schon richtig stark und er hat halt aber hier zur letzten fünf spiele teilweise nicht voll gespielt 45 minuten ansonsten schon immer 90 ein dnp mit drin und ja der sollte zumindest wieder in diese regionen kommen und jupen ist jetzt ja nicht unbedingt top aufgestellt sie wären jetzt anderlecht auswärts wird es wahrscheinlich ein schweres spiel aber da kann er sich auch beweisen sage ich mal und zuhause gegen gent ja ziemlich ausgeglichen würde ich mal sagen also das ist jetzt für 23 euro in der leistungsstärke der auch wirklich hier nach oben mal richtig abliefern kann ist es meiner meinung nach gar kein schlechter pick